Bhagavad Gita, Vers 3.16 Mein lieber Arjuna, ein Mensch, der diesem vorgeschriebenen vedischen System des Opferns nicht folgt, führt ein Leben voller Sünde, da einer, der nur in den Sinnen Freude findet, vergeblich lebt. Erklärung Die Philosophie des Mammon, schwer zu arbeiten und danach die Befriedigung des Sinne zu genießen, wird hiermit vom Herrn verurteilt. Deshalb ist es für diejenigen, die die materielle Welt genießen wollen, absolut notwendig, die oben erwähnten Yagyas durchzuführen. Wer diesen Regulierungen nicht folgt, lebt ein sehr gefährliches Leben, da er mehr und mehr in die Verdammung geht. Durch die Gesetze der Natur ist die menschliche Form des Lebens besonders zur Selbstwirklichung bestimmt, die auf drei Wegen erreicht werden kann, durch Karma-Yoga, Yan-Yoga oder Bhakti-Yoga. Für den Transcendentalisten, der über Laster und Tugend steht, ist es nicht notwendig, den vorgeschriebenen Yagyas strikt zu folgen. Doch diejenigen, die ihre Sinne befriedigen, müssen sich durch den oben erwähnten Kreislauf von Yagya-Darbringungen reinigen. Es gibt verschiedenartige Aktivitäten. Menschen, die nicht Krishna bewusst sind, haben mit Sicherheit ein sinnliches Bewusstsein. Deshalb ist die Ausführung frommer Handlungen für sie notwendig. Das Yagyas-System wurde in solcher Weise geplant, dass Menschen mit einem sinnlichen Bewusstsein ihre Begierden befriedigen können, ohne in die Reaktionen verstrickt zu werden, die auf sinnesbefriedigende Handlungen folgen. Der Wohlstand der Welt hängt nicht von unseren eigenen Anstrengungen ab, sondern vom Plan des Höchsten Herrn, der direkt von den Halbgöttern ausgeführt wird. Deshalb wendet man sich mit den Yagyas, an den dafür zuständigen Halbgott, der in den Veden erwähnt wird. Indirekt ist auch dies Krishna-Bewusstsein, denn wenn man die Durchführung der Yagyas beherrscht, ist es sicher, dass man Krishna bewusst wird. Wenn man aber durch die Darbringung von Yagyas nicht Krishna bewusst wird, sind solche Prinzipien nichts weiter als nur moralische Verhaltensregeln. Man sollte daher seinen Fortschritt nicht begrenzen und bei moralischen Regeln stehen bleiben, sondern diese transcendieren und die Ebene des Krishna-Bewusstseins erreichen.